Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Raspberry Pi Zero Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr auf eurem Raspberry Pi ein Betriebssystem installiert. Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, das Betriebssystem zu installieren, aber ich möchte euch den Weg zeigen, so wie ich es gemacht habe. Dazu benötigt ihr natürlich euren Raspberry Pi Zero. Die Anleitung funktioniert aber auch mit anderen Raspberry Pis in abgewandelter Form. Dann ein geeignetes Netzteil mit mindestens einem Ampere. Dann für den Raspberry Pi Zero ein USB-Adapter von Micro-USB auf Normal-USB. Eine Micro-SD- oder SDHC-Karte, eventuell einen Adapter. Dann ein Adapter von Mini-HDMI auf Normal-HDMI. Natürlich ein HDMI-Kabel. Dann benötigt ihr einen Card-Reader. Ich habe hier mal meinen alten rausgekramt. Und eine Tastatur oder eine Maus. Ich habe jetzt nur eine Tastatur genommen. Neben der Hardware benötigen wir aber auch noch Software. Wie ihr diese bekommt, zeige ich euch jetzt. Als erstes benötigen wir den Mini-Tool Partition Wizard. Diesen findet ihr unter dem ersten Link in der Beschreibung. Auf der Seite klickt ihr dann auf Download Now. Oder halt hier oben auf Download. Und danach auf Local Download. Bei der Free Edition, die reicht uns. Und speichert das Ganze auf eurem Computer. Dann als nächstes brauchen wir natürlich auch das Betriebssystem. Dieses findet ihr unter dem zweiten Link in der Beschreibung. Auf dieser Seite wiederum klickt ihr auch auf Downloads. Und dann auf Noops. Das ist das, welches wir uns installieren. Und auf der Seite dann auf Download Zip. Die Datei ist etwas größer. Circa 1 GB. Und die ganze Sache, die ganze Datei speichern wir natürlich auch im gleichen Verzeichnis. Oder auch beliebig anders, wie ihr möchtet. So, nachdem der Download abgeschlossen ist, installieren wir zunächst den Partition Wizard. Wie das gemacht wird, zeige ich euch nicht in diesem Video. Denn das sollte eigentlich klar sein. Nachdem der Partition Wizard installiert ist, starten wir diesen nun. Die Sicherheitsabfrage bestätigen wir mit Ja. Und dann klicken wir in dem Programm auf Launch Application. So, und das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das Programm gestartet ist. So, nachdem das Programm nun gestartet ist, findet ihr hier eure ganzen Partitionen und Festplatten. Und andere Datenträger. Und hier müsst ihr jetzt eure MicroSD-Karte auswählen. Ganz wichtig ist, dass ihr wirklich auch das Richtige auswählt. Bei mir ist das hier K. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, könnt ihr auch unter Arbeitsplatz oder unter Computer auf eurem PC gucken, welches hier der Buchstabe für die SD-Karte ist. Also für den Wechseldatenträger. Bei mir ist das K. Und das K, das findet ihr dann natürlich auch hier wieder. So, für den weiteren Verlauf müssen wir jetzt feindlichst genau darauf achten, dass wir auch immer das Richtige ausgewählt haben. Denn wenn wir jetzt aus Versehen was anderes auswählen und die ganzen Einstellungen, die wir gleich vornehmen, durchführen, dann kann es sein, dass ihr euer ganzes System schrottet. Und das wollen wir nicht. Das wäre nicht so gut. Also wirklich genau darauf achten, dass ihr immer das Richtige ausgewählt habt. Okay. Dann, wie gesagt, hier das Richtige auswählen. Und dann macht ihr hier einen Rechtsklick und klickt auf Delete All Partitions. Und das Ganze bestätigen wir dann auch nochmal. Also wirklich nochmal genau darauf achten, dass ihr das Richtige ausgewählt habt. Und dann sagen wir ja. Und jetzt sagt er hier Unallocated. So soll das auch sein. Falls ihr doch aus Versehen was Falsches ausgewählt habt, könnt ihr hier oben auf Undo klicken. Dann wird das rückgängig gemacht. Und ansonsten klicken wir jetzt auf Apply, weil wir es richtig eingestellt haben. Und dann bestätigen wir das Ganze nochmal. Auf jeden Fall müssen wir Power Saving und sowas abschalten. Sprich also nicht, dass der PC nach x Minuten ausgeht. Dann kann es sein, dass das Ganze abgebrochen wird. Oder es wird dann abgebrochen. Und dann geht das schief. Und das wollen wir auch eben nicht. Also das abschalten. Und dann bestätigen wir das Ganze hier mit Yes. Dann braucht das einen kleinen Moment. Und wenn das Programm meldet, ist es auf Chessful. Dass alle Änderungen durchgeführt wurden, klicken wir auf OK. Und machen dann einen Rechtsklick hier drauf. Und wählen Create. Dann stellen wir hier als Create as Primary ein. Und File System, FAT32. Und Drive Letter. Das könnt ihr eigentlich beliebig wählen. Oder stellt es einen auf das, was es vorher war. Bei mir war das K. Und dann klicken wir, nachdem wir hier nochmal alles geprüft haben, ob wir alles richtig haben. Ohne eine Änderung hier auf OK. Und dann hier oben wieder auf Apply. Und hier nochmal der Hinweis. Also Power Saving etc. Ausschalten. Und nochmal genau gucken, ob alles richtig eingestellt ist. Die richtige Partition ausgewählt etc. Ansonsten, wie gesagt, hier auf Undo. Und dann machen wir das rückgängig. Und dann wiederholen wir einfach die Schritte von zuvor. Okay. Das haben wir alles gemacht. Dann klicken wir auf Yes. Und warten wieder einen Augenblick. Und wenn das Programm wieder meldet zu YesFall, klicken wir doch wieder auf OK. Und dann können wir erstmal unseren Partition Wizard schließen. Kommen wir als nächstes wieder zu unseren Downloads. Hier hatten wir ja das Betriebssystem Noobs runtergeladen. als ZIP-Datei. Und das müssen wir jetzt entpacken. Dafür einfach einen Rechtsklick da drauf. Und entweder mit dem Windows-seitigen Entzipper oder Unzipper entpacken. Oder wie ich das hier habe mit Winra. Und dann sagen wir hier entpacken nach Noobs. Und das dauert jetzt wieder einen Augenblick. Wie gesagt, das Ganze ist ja ca. 1 GB groß. Also müssen wir warten. Und die Zeit haben wir ja auch. Und OK. Das hat er. Und dann gehen wir hier in das Verzeichnis rein. Und öffnen hier unter unserem Arbeitsplatz oder Computer den Wechseldatenträger. Wichtig ist, da gehen wir jetzt nicht rein. Sondern markieren hier mit STRG A, also STRG A, die ganzen Dateien. Und ziehen die dann hier drauf. Also eben auf unsere SD-Karte. Auch das braucht jetzt wieder einen Augenblick. Und da könnt ihr auch ungefähr sehen, wie schnell eure SD-Karte ist. Ich meine, macht so 8 bis 9 MB pro Sekunde. Und ja, die Zeiten müssen wir jetzt auch kurz abwarten. So, das Kopieren ist jetzt jeden Augenblick abgeschlossen. Und dann machen wir hier auf unseren Wechseldatenträger, sprich die SD-Karte, einen Rechtsklick und sagen Auswerfen. Bei mir wird jetzt angezeigt, Hardware kann jetzt entfernt werden. Und das machen wir auch jetzt. Jetzt können wir auch schon mal den ersten Versuch wagen, ob unser Raspberry Pi mit unserer vorbereiteten SD-Karte starten kann. Wir stecken jetzt also die Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Slot unseres Raspberry Pi Zero. Und verbinden ein HDMI-Kabel zusammen mit einem Adapter an den Raspberry Pi. Und natürlich, damit wir überhaupt irgendwas machen können, schließen wir noch eine Tastatur an. Dazu schnappen wir uns ebenfalls einen USB-Adapter, sodass wir also eine ganz normale Tastatur an den Raspberry Pi Zero anschließen können. Und dann verbinden wir diesen mit Strom. Das sieht schon mal gut aus. Aber der Spaß wird getrübt durch eine Fehlermeldung. Wie ihr diese behebt, zeige ich euch jetzt gleich. Also trennen wir erstmal den Raspberry Pi wieder vom Strom. Und dann ziehen wir die SD-Karte raus und wechseln wieder zu unserem PC. So, die Micro-SD-Karte haben wir jetzt wieder am PC eingesteckt. Das können wir hier schließen. Und dann starten wir nochmal unseren Partition Wizard. Die Sicherheitsabfrage bestätigen wir wieder mit Ja. Und klicken dann wieder auf Launch Application. Und das dauert natürlich jetzt wieder eine kurze Weile. So, unser Partition Wizard ist jetzt wieder gestartet. Und hier gehen wir wieder zu unserer Micro-SD-Karte. Auch hier wieder genau darauf achten, dass hier das Richtige ausgewählt ist. Bei mir ist das immer noch K. Und dann klicken wir hier oben auf Move Resize. So, und nochmal genau darauf achten, dass das Richtige ausgewählt ist. Und dann sagen wir hier Partition Size. Bei mir in dem Fall sagen wir mal 2048 MB. Das entspricht 2 GB. Je nachdem, was die für eine Micro-SD-Karte hat, müsste das anpassen. Auf jeden Fall muss es größer sein als 1 GB. Denn 1 GB ist ja unsere Image-Datei. Sprich unser Betriebssystem. Und ja, dann klicken wir hier auf OK. Und kontrollieren nochmal, ob alles richtig ist. Hier ist Unallocated. Das ist richtig. Und Used 50% ist auch richtig, weil 2 GB habe ich jetzt die Partition groß gemacht. Und 1 GB ist unser Betriebssystem. So, und dann klicken wir hier wieder auf Apply. Und bestätigen das Ganze. Und dann warten wir wieder kurz. So, hier ist wieder die Bestätigung. Successful. Und die Änderungen wurden durchgeführt. Da klicken wir natürlich wieder auf OK. Und dann können wir auch schon wieder unseren Wizard beenden. Und dann gehen wir wieder auf den Arbeitsplatz. Und sagen hier bei dem Wechseldatenträger, beziehungsweise unserer Micro-SD-Karte, wie man auch hier sieht, ist diese jetzt plötzlich kleiner geworden. Und da klicken wir dann wieder mit rechts drauf und sagen auswerfen. So, und bei mir ist wieder die Bestätigung, dass die Hardware jetzt entfernt werden kann. Und das machen wir dann jetzt auch. Und dann wiederholen wir das Ganze wieder und testen an unserem Raspberry Pi. Und wir stecken die Micro-SD-Karte also wieder in den Raspberry Pi und versorgen diesen wieder mit Strom. Und dann schauen wir mal. Aha. Und mal gucken, ob gleich wieder der Fehler auftaucht. Nö. Diesmal nicht. Sehr schön. Dann drücken wir den Buchstaben L. Wie ihr seht, wird sich unten jetzt das Fenster, so ein kleines Dropdown, öffnen. Und da wählen wir als Sprache Deutsch aus. Und dann drücken wir Enter. Und dann wählen wir hier, da wir ja keine Maus angeschlossen haben, sondern nur die Tastatur. Klicken wir erstmal oder tippen erstmal die Leertaste an, damit das richtige Betriebssystem ausgewählt wird. Und drücken dann I für Installieren. Ja, wir sind sicher, dass alle Daten verloren gehen. Natürlich nicht das Betriebssystem, sondern nur das, was erweitert hat. Und dann drücken wir wieder Enter. Und dann startet die Installation. So, und wie wir sehen, wurde das Betriebssystem erfolgreich installiert. Und dann starten wir das auch gleich, indem wir hier dieses Fenster mit der Enter-Taste bestätigen. Mal sehen, ob auch die grafische Oberfläche geladen wird. Und wenn wir jetzt eine Maus angeschlossen hätten, könnten wir den Pfeil auch schon bewegen. Allerdings, wie gesagt, haben wir nur eine Tastatur. Also können wir den noch nicht bewegen. Aha, der Desktop wird schon mal angezeigt. Und auch die Menüleiste. Und auch die Menüleiste. Sehr schön. Da können wir gleich mal gucken, welche Programme wir denn hier vorfinden. Wir haben hier Programme für die Programmierung. und Office-Anwendungen. Und natürlich Internet. Sofern wir das eingerichtet haben. Dazu aber später was in einem weiteren Video. Spiele haben wir hier drauf. Und vielleicht für den einen oder anderen ganz wichtig als Spiel. Minecraft Pi. Das ist eine spezielle Minecraft Version für den Raspberry Pi. Und dann haben wir hier noch Accessoires. Was man halt so braucht. Hilfe natürlich. Und die Einstellungen. Da können wir Software hinzufügen. Oder andere Config-Optionen auswählen. Und ja, Programme ausführen. Und aber, wie man sieht, funktioniert alles. Das ist sehr schön. So muss das sein. Und dann können wir den Raspberry Pi erst mal wieder runterfahren. Dafür gehen wir auf Shutdown und bestätigen das mit Enter. Und da ist schon Shutdown ausgewählt. Da tabben wir einfach mal zu OK. Und drücken da dann ebenfalls Enter. Damit fährt der Raspberry Pi dann runter. Alles hat wunderbar geklappt. So muss das sein. Und ja. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten einen Daumen nach unten. Schreibt doch in die Kommentare. Und hinterlasst mir ein Abo. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht ihr die Hood. Schwing die Hood. Tschüss.